Okay und damit herzlich willkommen zurück zu GTA 5 im Singleplayer Modus. Wir sind hier momentan mit Michael unterwegs und wir haben gerade unsere 670.000 Dollar überwiesen bekommen für den Juwelenraub, den wir vor einigen Folgen begangen haben. Und ich denke, jetzt dürfte auch Martin Madrazo sein Geld auch bekommen haben. Ich gehe zumindest mal davon aus, dass der uns nachher noch die Kehle aufschneidet oder irgendwelche anderen Dinge mit uns macht. Falls ihr irgendwelche Hintergrundgeräusche vernehmt, entschuldigt bitte, aber ich bin hier momentan im Arbeitszimmer und bin jetzt in dem Spielezimmer auch gleichzeitig. Und das Problem hier drin ist, es ist sackheiß. Es ist sauheiß, ich habe momentan die Fenster offen. Ähm, das hat momentan draußen so 35 Grad, so ganz grob. Und von daher, äh, ja. Ich hoffe, ihr versteht es. Aber wenn jetzt gerade alles läuft, was hier laufen muss, das verursacht unheimlich viel Abwärme auch noch. Und von daher, ah, ein neuer Kontohauszug liegt für sie bereit. Ja, schön. Ja, okay. Jetzt sind wir momentan unterwegs, um uns mit, äh, dem... Einen da zu treffen, soviel ich weiß. Ich weiß nicht mehr genau, wie er heißt. Ähm, 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 helft mir doch auf die Sprünge. Ähm, der eine, der uns damals geholfen hat, äh, zu entkommen. Ähm, ähm, äh. Um unseren Tod vorzutäuschen. Ähm, ähm, ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Ist die Kennzeichen mit einem B? Naja, wir werden es gleich rausfinden. Wir sind ja fast da. Einmal über die Grünflächen. So, jetzt lass mal sehen. Der scheint genau auf der anderen Seite zu sein. Hm, wie finde ich denn den? Da sieht es so gut aus. Ja, da ist er doch. Davy! Wie geht's dir? Wie gut ist es, wie kann man erwähnen. Aber die Nachrichten nicht gut. Ich weiß nicht, was du sprachst. Ich weiß, dass du diesen fucking Job gemacht hast. Davy, wirklich, du bist so imaginiert. Fuck. Du. Okay. Ich habe es geschafft. Arresten mich. Wisst ihr, was? Du wirst du mein Leben schrauben. Weil du es nennen hast, motherfucker. Was? Du es nennen hast. Trevor. Ein paar Tage vorhin. Aber wir haben nicht wirklich nichts darüber gesprochen. Aber wenn nicht, wenn, er beginnt zu fragen, warum du nicht die Worms nach der Kanadischen Borde. Oh, wir haben Probleme. Ja, keine Scheiße. Wo sind wir? Wir sind zusammen. Also, wenn deine Probleme sind meine Probleme, dann würde ich sagen, dass meine Probleme sind, deine Probleme? Nein. Nein. Was wenn ich mein Job perd? Wenn jemand kommt in meine Bücher, beginnt zu lesen, sie sehen die Dinge, die ich gemacht habe. Ich weiß viele Dinge. Ich kann eine Bele, sie haben fünf Jahre, aber du... Du... Du, du ungratwollst. Ich habe deine Karriera gemacht. Na, dann besser wir es zu schützen zusammen. Weil... du und ich beide wissen, wir können es jetzt nicht gehen. Was musst du? Dieser Mann. Ferdinand Karamoff. Der Arzt sagt, er ist tot. Wir, der Büro, denken wir, dass sie verdächtig sind. Wir denken, dass er irgendwo in einem Ort ist. So? Apparently, er hat eine Information, die mich und meine Superioren auszutreten. Die Arzt haben die Arzt die Arzt verraten. Wir brauchen Sie, um den Körper zu verraten. Wie werde ich in hier kommen? Nein. Du hast schon tot gespielt, nicht wahr? Oje. Michael. Ich habe immer dich gefühlt. Telefon mich, wenn du wachst. Ich werde dir sagen, was du... Klar, als ob ich das noch höre, wenn ich da umgehauen werde. Was haben wir da? John Doe, white male, overweight, in his late 40s, possible coroner. Let's take a peek. The fat deposits on his hips and abdomen suggest a fondness for bleeder burgers. What the hell was that? Don't worry, it's just gas. No! No! Jesus! Back from the dead, motherfucker! Come here. Die Klamotten? Ja. Come on! Hands in the air! Come on. Might be in the other room. Ganz leise. Ganz leise. Surrender yourself! Und, tschuldigung. Das musst du sagen. Jetzt haben wir nur offen. Das ist gut. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. man kann nicht zufrieden einen Schwerpunkt mit seiner Klamotten. Ich habe die Klamotten Klamotten. Ferdinand Karamoff. Es ist auf einer großen Frau Black. Definitiv, nicht dein Mann. Okay. Die Agenzine haben die Oberfläche in Lockdown, um eine Leak zu verhindern. Ich habe einen Mann, der kann die Kraft, um dir Hilfe zu geben. Aber du musst aufstehen, wenn du rauskriegst. Hoho. Ciao, ciao. Das sehe ich anders. Aber man muss auch verschiedene Meinungen haben. Nur ich akzeptiere seine nicht. Tut mir leid. hat er sich selber angeschossen? Was macht denn der? Ja. Okay. Habe ich dich. Habe ich dich. Deckung. Ne, sehe ich anders. Oh. Scheiße. Jetzt kommt meine... Shit. 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 Ciao, ciao. Okay, dem will ich nichts tun. Habe ich noch eine Waffe? Nein, habe ich nicht. Okay. Aber ich habe taktische Licht, welches kein Mensch braucht. Hä, wo ist der? Ah, da hinten. Okay, er ist da hinten. Scheiße, scheiße, scheiße. Ciao, ciao. Sorry. Der hatte doch eine Pumpgun, oder? Ja, der. Schön. Michael, deine Waffen sind in einem schwarzen Müllsack im Beweisminion am obersten Stock. Ja, da muss ich jetzt mal hinkommen. Witzbold. Lauf, Michael. Lauf, du bist frei. Ja. Okay, das war cool. Okay, da kommt einer. Die beiden Zehen waren jetzt zu geil. Okay, ich habe glaube ich nicht mehr viel Schuss. Ne, nur noch Freusschuss. Sorry. Und ciao. Boah, scheiße, es sind noch mehr. Okay, jetzt habe ich mehr. Sorry, es muss sein, Leute. Ich muss hier leider wieder lebende raus. Und ihr versperrt mir irgendwie den Weg. Was soll ich denn machen? Ist ja nicht so, als hätte ich das gewollt. Medipack. Hier könnte ich raus, ne? Auf geht's. Herzersprung, Michael. In die Mülltonne. Ah, ich glaube, das tat dann doch etwas weh. Okay, hier muss ich weg. Oh nein. Oh, nein. Oh nein. Oh, oh shoot, oh shoot. Oh, oh shit, wenn die schießen, Economic Messi nichts. Oh nein. Haha. Also Companies are mini koff an. Oh, shit, 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 shit. Los Santos hat noch so ein paar schöne Verstecke. Ich frage es nur, wo? Ich will hier weg. Okay, sie wissen schon mal nicht mehr, wo ich bin. Mal sehen. Rechtsrum, ja. Ja, da kann ich nicht reiten, aber scheiße. In der Innenstadt ist bedeutend schwerer als im Außenbereich. Okay, hier nur links macht es Sinn. Oh, shit, 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 shit. Der ist ganz nah dran. Der ist ganz, ganz nah dran. Komm schon, okay, ich sehe da, ich sehe da eine Möglichkeit, aber ich fahre hier. Ah, okay, hat es ehrlich, perfekt. Wir haben jetzt mal was zu besprechen, und zwar das, was jetzt gerade vorgefallen ist, würde ich sagen. Dave, die hell was das? Du hast keine Spooks, die ich gerade kam? Ich bin sorry, sie sind nicht nett, wenn das eine Konsolation ist. Was ist passiert? Da ist ein großer Target da, was in den Schatten. Die Daten, die Algorithmus sind auf den Schatten. Werden sie finden, das Büro oder die Agency, wird eine große Bumpe in Fundung. Wie ich mich über deine Fundung. Ich bin weg, Dave. Du bist nicht. Ich muss dich treffen, mein Chef. Wir werden in der Stadt, in der Plaza, zwischen dem FIB und dem IAA Bumpe. Der IAA Bumpe? Du wunderschönst mir, nach dem Span, ich habe mit dem Agency-Bumpe? Relax, sie werden nicht schauen, da. Sie nie erwarten einen In-Side-Job. Hey, Franklin. Was ist passiert? Ich muss sie weg und kommen. Man, ichPointide nicht mehr woher fahren. Dann ver coworkers, ein sehr lange Ott. Was passiert durch? Naras Dinge,x sine? Ich wusste suis, dass ich sagen, Menschen. Fыватьer, die auf meine Ikutfläch war. Du? Ich renew. Ich meine, ich glaube ich tr degree. Ich ehrlich, équitore, mein Gott. Ich habe viele Sp현 almighty, ich kann ihnen alles machen. Ich bin voll von 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 von啦! Ja, aber fein von 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 mir machte ich viel dinero. Ich habe einen Schwer mit dir gemacht, ich habe mehr Geld gemacht. Ja, ich bin ein großer Thief, aber es ist das andere was ich nicht herausfinde. Also, was ist das Problem? Was ist das Problem mit dem Bureau? Dieser Klau. Ich bin ein okayer Typ. Wir haben ein Problem, lange vorhin. Es war nicht so, wie es war. Der falsche Typ wurde getötet. Also habe ich einen Informal-Witness-Protection-Programm. Er hat mich geholfen. Ich habe nicht die Geheimnisse des Gottes. Alles war cool. Ein Problem hat sich angefangen, und ich wurde nicht gerecht. Ich meine, er kommt, beginnt zu beurteilen, zu sagen, was ich machen. Ich meine, Franklin, ich arbeite für die fucking Feds. Oh, fuck, Mann. Oh, fuck, Mann. Ja, und das ist nicht die schlimmste Sache. Hab ich dich erzählt über Trevor? Mann, ich denke so. Well, wenn du nur so denkst, dann bin ich nicht komplett ehrlich. Er ist... Hell, auf der Erde. Das ist das, was er. Er ist. Ja, wir holen diesen Schein. Oh, ja. Good luck mit dem. Shit. Ich meine, Trevor und ich haben eine Geschichte. Eine komplizierte Geschichte. Look. Ich habe viele Dinge, die ich nicht stolz bin. Okay? Ich habe nie gedacht, dass ich ein Engel bin. Aber du kennst, Trevor, Franklin. Du sagst, dass ich ein Engel bin. Also, was ist der Gedanke, Mann? Ich weiß nicht. Fuck. Ich werde... Ich werde... Ich werde... Ich werde... Ich werde beide Seiten spielen. Ich werde mich herausfinden, bis ich herausfinden kann. Okay, Mann. Schau mal, Mann. Du helst mir. Wie ich sehe, Mann. Das ist das, was ich kann, ist zu helfen. Das ist eine Todesendung, Franklin. Mann, ich... Ich versuche nicht zu hören, Mann. Wenn die Bühne nicht zu holen, die Mannschaften einfach nur Hustler sind. Und ich werde keine Mannschaften Kat denken, dass er so Mannschaften verrückt ist, mich auf einen Baum. Fuck das! Hey. Du bist ein guter Kind, Franklin. Das bedeutet viel zu mir. Ich habe gesagt, ich bin ein Terrificer Thief. Ich finde etwas für dich. Großartig. Komm schon. Du besser ausführen. Okay, Mann. Ich bin mit dir. Ich bin ein Witch. Klar will ich überschreiben. Oh, wow. Na geil. Jetzt haben wir hier die Bullen. Irgendwie, die uns sagen, was wir zu tun haben. Und tun müssen und tun sollen. Läuft bestens oder sowas in der Art. Da haben wir noch unser Auto. Wie ich solche Scheiße hasse. Sieht gut aus. Ah, Tracy ruft an. Hey, Trace. What's up? What's up? Are you joking? You ruined my life. I did? I thought I'd already ruined your life. Never after that boat thing. Take this seriously. Do you know how bad I wanted that? Famer shame is like an amazing opportunity. You're such a fucking fuck you really are. You'll get over it. You'll see. I did you a favor. Never. I hate you. No. Kinder haben nicht schwer. Zumindest in dem Fall. Da ist doch aber auch bei der Erziehung irgendwas total schief gelaufen. Ich mein, sorry, aber... Hey, 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 hey. Hey, 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 hey